Hallihallöchen, liebe Freunde, ja, ich wollte mich mit diesem kleinen Video erstmal zurückmelden aus meinem ersten Blog mit den zwei Wochen der Weiterbildung. Ich habe die ersten zwei Wochen hinter mich gebracht. Es war hart, es gibt auch noch ein mini, mini kleines Vlog-Video dazu, nichts Großes, ich habe nicht viel gefilmt, aber seht ihr dann. Aber, ja, ich wollte mich kurz zurückmelden, ich bin fertig, ich musste zwei mega schwere Koffer mit SGBs und Lohnsteuerrichtlinien, Einkommenssteuergesetz und bla 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 in den fünften Stock hochtragen, war fertig wie Sau, um dann festzustellen, mein Kühlschrank beinhaltet lediglich eine Dose Bier. Super Aktion. Naja, warum ich dieses Video noch mache, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei meiner Urlaubsvertretung Hiro bedanken. Und ja, ich habe natürlich auch alle drei Videos gesehen und ich muss sagen, ja, du hast dich wirklich gut geschlagen und ich habe zwischendurch gedacht, was tust du dem Guten da an, jetzt muss der auch noch Horror zocken. Aber du hast dich wirklich tapfer dadurch gekämpft und ja, ich bin stolz auf dich, dass du das geschafft hast. Und ich muss auch sagen, es hat auch einen Vorteil, denn so musste ich selber dieses Spiel nicht zocken, denn es war teilweise echt schon, wow, also da erschrickt man sich schon. War auf jeden Fall sehr amüsant, dir dabei zuzugucken und du hast definitiv ein Gut bei mir. Kannst dir was aussuchen im August, werden wir uns dann sehen. Ich freue mich drauf. Und ja, euch hoffe ich, hat diese Urlaubsvertretung auch gefallen. Und Hiro, ich hoffe, ich habe dich nicht damit total vergrault und kann deine Dienste eventuell nochmal in Anspruch nehmen, aber ich suche dir dann auch wirklich etwas weniger Schlimmes aus. Ich will dir das nicht noch einmal antun. Aber mal gucken. Wer weiß, was ich da so für dich noch entdecke. Ja, okay, das war es eigentlich auch schon. Ich wollte nur Hallo sagen, mich bei Hiro bedanken und bei euch bedanken. Denn ihr habt es wahrscheinlich eigentlich überhaupt nicht gemerkt, dass ich nicht da war. Ich habe aber gemerkt, dass ich nicht da war, denn ich war komplett zwei Wochen ohne PC. Bin selber sogar kaum zum DS-Zocken gekommen, weil ja, alles war voll mit Lernen, Unterricht, Sport und Schwimmen und Lernen und Essen und boah, das Essen. Also ich glaube, ich habe auch zugenommen, ich muss mich hier unbedingt jetzt wieder beim Sport anmelden. Und ich merke richtig, dass mir dieses Aufnehmen gefehlt hat, denn ich quatsche hier wie eine Quassenstrippeln kann schon wieder überhaupt nicht mehr aufhören. Das hat mir gefehlt. Und ja, puh, ich muss jetzt schauen. Ich weiß noch nicht, Leute, ich muss jetzt unbedingt noch aufnehmen, aber ich bin ab morgen Nachmittag auch schon wieder unterwegs. Montag habe ich keine Zeit, Dienstag habe ich keine Zeit. Ich hoffe, ich kriege da jetzt noch was zustande. Also auch witzig, während meiner Abwesenheit kommen die ganze Zeit Videos. Ich bin wieder da und kriege ich nichts mehr geregelt. Aber ich gebe mein Bestes. Und ja, ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Und ich freue mich, dass ich wieder zurück bin. Nach zwei Wochen mal wieder hier Dead Space Uncharted und Nate. Ich habe ja auch Nate so vermisst und so einen Blödsinn wieder. Ach ja, die Lootrader Box. Es wird, ich glaube, morgen könnte die Lootrader ankommen. Das heißt, da wird es dann auch nochmal ein Video geben. Also ihr Lieben, macht's gut. Hiro, vielen Dank an dich und bis bald. Ciao.